1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 Nein, 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 nein. Eigentor, Mann. Ich mach dir erstmal ein fettes Eigentor. Jetzt verzauber ich dich. Nein, ich will dich doch verzaubern. Nein. Und, komm, 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 komm. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ja, nein. ich glaub das nicht da geht der Kandidat in die Führung das war ein schlechter Anstoß und doch ausgestrickt oh nein treffen muss sein können man sollte es auch können Scheiß Pfosten so jetzt jetzt hätte ich nicht ausgetrickst ausgetrickst und wenn ich würde mal sagen 2 zu 2 ne du hast Anstoß ja, ich versuchte den Ball zu treffen nein, 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 nein und da ist es, ist das das nächste Tor es darf kein Tor werden Mann hey 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 ich lass dich nicht ran immer diese Knappen am Tor vorbei ey schon wieder so scheiße knapp am Tor vorbei jetzt, jetzt ist es aber nein ey niemals niemals naja, Mann ey, ich glaub das nicht, das ist ehrlich nicht dein Ernst, dass du so so über mich denkst ey, dass du so mit mir spielst oh Mann, ja geht doch endlich, endlich endlich ja, ähm, ich sag mal so zu dir hat, das ist typisch Huxball, das ist halt einfach so ein kleines Fußball-Simulator, was Fußball darstellen soll, würde ich sagen, ne? oder was meinst du dazu, ist das so eine kleine Fußball-Simulation so gesehen, nein? ja, im weitesten Sinne ja, ja, die ersten vier Disziplinen für die Schlag den River sind sowieso schon ausgelost ey, ich schieb dich mit dem Ball rein er hat mich mit dem Ball reingeschoben, ich find's nicht würzelt ja 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 und wieder ausgelistet was, das ist schon fünf? das ist fünf? naja ja ja nein 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 scheiße warum immer ich, ey ja, so so nein ja nein er holt noch auf, ey noch eine Minute dieses Game oh, schade, da hat's nicht geklappt, was ich machen wollte so bei uns die ersten drei Kandidaten sind auch schon ausgelost also jetzt hier, das ist mit dem Match gemeint die ersten drei zack und das ist oh, ist das der Siegtreffer? ist das der Siegtreffer? für dieses für dieses Spiel? war's der Siegtreffer? nein, bestimmt noch nicht und ich baller am Tor vorbei oh tja ey, das kann doch nicht angehen, ey ich hab fünf oder sechs Jahre lang Fußball gespielt das erwartest du? das hat nichts damit zu tun doch nein, hat es nicht nein 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 da ist er drin da ist er drin, da ist er verdammt so ja, ich würde mal sagen, das geht jetzt um wer jetzt gleich das entscheidende Tor schießt und ja, da war der Pfosten im Weg ich glaub die Runde hab ich gewonnen 5 Sekunden geht die Runde noch ich wollte dich mal ein bisschen provozieren gewinne ich das nächste Spiel habe ich die erste Folge, wo Schlag den River gewonnen nein und wir werden auf der nächsten Map spielen und die nennt sich Hockey und ja es würde ja sagen, es geht los waz ist doch irgendwie das gleiche, aber naja ja, ist halt das gleiche, aber es ist halt eine andere Map wow ist mir schon schwieriger, weil hinter dem Tor kannst du auch schießen halt guck, 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 guck zack zack spiel er ihn aus da, spiel er ihn da aus ja, er spielt ihn ganz klassisch aus ja, und spielt bis zur Mittellinie zurück und spiel wieder da hinten rein so er will schießen, er will schießen, er will schießen, er will schießen, er kriegt es aber nicht hin halt den Mund nein, nein ja ok, ich bin unkrieg zu schießen und doch, du bist nicht unkrieg, du hast das erste Tor geschossen, ich glaub's nicht ab ins Tor mit dir er hat sich jetzt immer nicht mit wem dürfen, ey 1-1 hammergeil ey, komm, sei doch mal nicht so fies hier ja, 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 ja nein, ich bin so unfähig zum schießen, ey ich bin echt so unfähig, ey ich glaub, das provoziert das Spiel aber auch nein, 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 nein verdammt das wird eine spannende Schlag-River-Runde, ich würd's sagen, auch wenn's das erste Spiel ist plus Folge 1 ja, man muss halt von Anfang an alles geben ja, ich geb alles für uns das geht immer alles, ey der Punkt kann auch am Ende entscheidend sein ja, vielleicht ja, wie gesagt wer zuerst 34 Punkte hat, wer zuerst 34 Punkte hat, ne ob die Kandidaten dann, wenn die Kandidaten 34 Punkte haben, muss ich ein Hello Kitty Spiel machen wenn man einparten hätte zehnminütigen Part von irgendeinem Hello Kitty Spiel du weißt ja welches ich mache irgendwie so, so, wie so ein Jump-Spiel war das, ne ja, ich hab's dir nicht angesehen, aber ich hab's mir schon ausgesucht, das von daher nein, was mach ich aber, was schieß ich eigentlich wirklich? ja, genau nein, das ist das rechte ne? also, was wohl drauf schießen muss, beinig ja, das hatte ich jetzt irgendwie danke für den Punkt geschenk, ne völlig versagt so wo gehst du hin? hey, Leute, mein mein Spiel gefuckt ab äh ah, jetzt geht's wieder na, warte ich mal geht wieder, geht wieder da wollte ich mal nicht so asy sein ja, ist auch gut so, dankeschön ich bin ja auch schon vorne, also das gilt nämlich zum Cheating ja, ich, genau, ich hab dich gehackt ja, du hast mich gehackt, du hast mich unten in die Ecke fahren lassen du, Eckenfahrer, du du warst doch irgendwie weiß im Runde und nicht mehr, äh, schwarz keine Ahnung und ist er das? nein, das ist er nicht ist er das? ist er das? na, oh das ist er das ist der Anschluss, das ist der Ausgleichstreffer hey ey, komm, das ist irgendwie eine schöne spannende Runde hier, muss ich sagen aber nur, weil man nicht so wirklich weiß, was man da tut das Spiel kann, ich kann's auch nicht wirklich ich war mal besser an dem Spiel ich wollte mich auch damals schon mal mit nem Kumpel in der Haxball-Bundesliga anmelden 2 vs. 2 ey, ich treme ehrlich das Tor nicht, ey ne, wie kann man das denn spielen? nein, nein nein, nein nein boah nein nein das ist einfach dich schießen ich bin eigentlich immer Eigentore, ey ja, du lässt mich, glaub ich, jetzt sofort deine Tore schießen, ey kann das sein? ja das war mein Plan ja dachte ich auch und dachte ich mir schon, ey oh nein 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 oh ist es das, ist es das ja, das ist der Ausgleichstreffer jetzt kann ich dich nicht reinschieben, weil das Tor zu klein ist Wieso schießt du immer auf dein eigenes Tor? Keine Ahnung, weil ich dumm bin. Overtime, Overtime. Wer jetzt das entscheidende Tor schießt, der hat gewonnen. Das heißt, wenn ich jetzt das entscheidende Tor schieße, habe ich die Schlag-Rever-Folge gewonnen, ne? Tja, das werde ich nicht zulassen. Doch, wirst du. Nein, nein, nein. Sieg. Ich konnte nicht direkt hinnehmen. Und das ist der Sieg in der ersten Schlag-Rever-Folge. Ich werde die Punkte verteidigt noch im Abspann zeigen. Und dann sage ich Tschüss und bis zur nächsten Folge von Schlag den River.